Würdest du eher Part 2 einen Real-Life-Pause-Knopf besitzen oder einen Real-Life-Zurückspül-Knopf haben? Also ich glaube, das Leben zurückspulen zu können ist viel besser. Da kann man sogar noch Sachen verändern. Würdest du eher fliegen können oder unendlich lang tauchen können? Ist beides ziemlich gut, aber fliegen ist da glaube ich doch ein bisschen besser. Würdest du eher immer im ständigen Sommer leben oder immer im ständigen Winter leben? Also ich muss sagen, beides hat seine Nachteile und seine Vorteile, aber Sommer ist da mir schon ein bisschen wichtiger. Würdest du eher dich teleportieren können oder Gedanken lesen können? Auch wenn viele Gedanken lesen echt unterschätzen würden, ist Teleportieren glaube ich viel besser. Dann wäre der Schulweg einfach viel kürzer.